Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Pempelfort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 24 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 600 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017